im dunkeln was ist das im dunkeln habe ich sachen gefilmt die man an sich sind sich nur so im hellen anguckt dazu nehme ich maximale taschenlampe und dann die beleuchtung die da ist weil das an sich ganz andere bilder gibt als das gleiche ding in hellen und halte es rennen keine menschen herum das ganze habe ich ohne kommentare und ohne dass ich im bild bin gemacht und mit musik unterlegt schaut es euch an sagt mir ob es euch gefällt dann wird es den winter über hin und wieder noch was davon geben so 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 da ist noch ein kleiner das ist noch ein kleiner